ja wie fängt man jetzt eigentlich an gute frage aber ich lege einfach mal los willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge das blick ist mit mir dem torsten und ja wir haben ja den riesen hat schon vor vor einem monat zelebriert und hurra aber gestern abend schon denn ich habe gestern abend schon gestreamt das heißt dort habe ich erst mal so ein bisschen so her wie habe ich genannt equipment test gemacht und ob noch wieder alles funktioniert meine ganzen logins etc aber es funktioniert noch alles und ich muss jetzt auch keine besserung mehr geloben ihr seht ich bin auch am alten ort allerdings ein bisschen modifiziert auch schon im hinteren bereich in dem bereich in den ich zeige da sind wir im moment ganz ganz hart tätig hier oben und geht also ein bisschen voran wenn ihr irgendwelche fragen oder so habt toto warum wieso weshalb könnte ruhig machen dem bin ich gestern abend schon zumindest so halbwegs rede und antwort schulig gewesen und aber einfach eine kleine auszeit leute fast vier monate und ich glaube so schlimm war es jetzt nicht also wenn ich von vier monaten sprechen dann meine ich eigentlich meinen letzten livestream haben ich glaube nach wie vor am zwölften vierten und gestern also ein kleines hat gehabt am mit clash wie es sich gehört und das machen wir würde ich sagen einfach mal so weiter ich hatte gestern auch gesagt ich schaue heute auch mal ein bisschen discord rein wo ich wieder so ein bisschen so ein bisschen liga luft schnuppern kann also oder turnieren durch so muss man sagen denn liga luft schnuppern wir ja hier hier waren wir gestern nur kurz beim plan free to play der ist mal wieder sehr sehr gut auf dem weg und ich bin auch mit einem charakter dabei nämlich mit dem schief barfuß mit dem elfer und wir haben gestern abend allerdings so gut wie nur 13 und 14 gespielt auch das wird sich wieder so ein bisschen ändern ich habe auch wieder ein paar charts die sind auch frei das heißt da suche ich womöglich mal wieder ein bisschen bis in euch also an andere clans vor allen dingen in die ich dann freuen kann als in meiner eigenen da habe ich genug und von daher werde ich die auch wieder oder ich habe sie eigentlich schon reaktiviert denn im moment gibt es ja täglich hier beim händler so ein bisschen was zu ergattern und ihr wisst selber ich bin ja so ein gem fetisch ist will ich jetzt nicht sagen aber die jams oder jams oder juwelen sind mir schon wichtig dies dies hier so gibt und deswegen hatte ich mir gedacht ich logge die alle mal immer ein pro tag und dann hole ich mir das zurück ab beziehungsweise oder verkaufshalt wenn ich zu viel habe heute gibt es ja zwei hellen tränke und ein könnte ich jetzt gleich nehmen mit dem schief hier denn wir machen natürlich ein live angriff aber speichern nicht nicht wirklich ich mache gleich einen kleinen dip auf den 10er denn hier greifen wieder welche im oberen bereich nicht an und der obere bereich ist für uns wieder ein bisschen zu schwer ich habe den alex hier mit drin als rathaus 12 das hat das sicherlich auch nicht auf dem schirm gehabt der ist auch rathaus ruf gegangen hat sein dorf selber wieder so halbwegs übernommen und hat mauern gelevelt ja und irgendwann lassen kann es jetzt auch das rathaus machen also auch dort geht es ganz gut er kann ich sehen habe ich eigentlich als rathaus 10 noch in erinnerung ist schon ein paar tage her er ist rathaus 11 denn oben haben wir nach wie vor ich glaube 2344 12 mittlerweile hier im clan free to play es gibt auch ein platz immer frei haben oder zwei das meistens die halten wir auch frei für spenden accounts und ich muss mal sehen wie das hier nach nach der liege eigentlich mit der aktivität so aussieht meine aktivität kommt ja wieder und wird die aktivität einiger hier ist aber glaube ich nicht ganz so hoch müssen wir mal sehen wie wir hier weitermachen aber so ein bisschen clash of clans haben wir gestern abend schon gespielt und will ich natürlich auch heute mit euch ein bisschen zelebrieren so muss man sagen gefällt mir das gut ich meine das spiel hat hat mir nie schlecht gefallen sondern halb mich immer noch nicht jeden tag nicht jeden tag tatsächlich aber wenn ich dann am ball bin und ich mache auch meine angriffe und habe gestern wieder schön habe ich mit euch ich glaube ich habe nicht mit euch geplant das wäre mir natürlich wieder ganz lieb gerade in den live streams mit euch ja ich weiß gar nicht ob ob ich es erzählt oder ob ich ob ich mein mikro so hart getrimmt habe dass man den jet gerade nicht gehört hat der hier gerade us meinte er müsste hier über die über die wiese fliegen wo ich ganz gerne wieder mit mit euch ein bisschen was planen möchte und natürlich schnacken 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 ohne ende über gott und die welt ihr wisst ihr könnt mir löcher in den bauch fragen und in der regel habe ich da auch eine halbwegs brauchbare antwort für euch also auch da hat sich eigentlich nichts verändert und hier im umfeld passt auch passt auch wieder alles mein pc hat unheimlich lange gebraucht um überhaupt alle updates hier rein zu fahren der hat ja auch ein bisschen länger jetzt gestanden und war war wie gesagt den hatte ich auch so gut wie gar nicht gar nicht an weil er auch gar nicht aufgebaut war aber ist alles wieder am so relativ am alten platz auch so die leuchten und so passt zumindest kann was machen ok so ich will mir mal noch einen anschauen hier aus dem aus aus den bereichen hier oder gucken locke locke ja viele viele sind auch neu hier locke kommt aus dem clan vom donnerwengel die haben sich so ein bisschen halbwegs aufgelöst aber die die dann doch bock haben zu spielen sowie locke hier ohne kriegen muss ich mir mal privat fortnüpfen glaube ich der ist mit glaube ich alex und donnerwengel 2.0 denn den echten donnerwengel habe ich natürlich noch unter der fittiche hier mit rein gejoint hier war ein bisschen platz und jetzt können sie ein bisschen lieber mitspielen ist auch nicht schlecht ein paar medaillen verdienen und vielleicht auch ein bisschen an der technik oder taktik fein sieht ja aber ganz gut aus war glaube ich ja war sogar eine elfer b ist gar nicht mal so schlecht und auch das hat natürlich nicht aufgehört aber um geschnitten und gefiltert geht das hier heute durch also auch da ein bisschen da ich will nicht sagen dazu gelernt aber war gar nicht mal so schlecht über ecke gegen meine sonne box space kann man auch anders machen und dann glaube ich muss mich jetzt gleich ein bisschen bussen damit ich mit euch den angriff dann auch machen kann also werden wir gleich auch unseren angriff zelebrieren wird aber wie gesagt ein dip sein weil wir oben so ein bisschen auslassen können und machen wir dafür die sterne und wir sind auch glaube ich ganz schön weit schon wieder schon wieder weg von allem 1 2 3 4 5 6 6 getragen hat er noch übrig gelassen sind die zurzeit so stark könnte mir mal unten rein pinnen im rathaus 11 bereich und dann werde ich jetzt gleich meinen mal machen ich muss mal eben schauen wie weit meine turbi sind wo ja dort noch ein bisschen im schub wenn nicht schlecht ja ich schufe mal habe schon länger nicht geschubt hier und nehme gleich auch in helden trank denn die beiden gibt es ja jetzt im moment beim händler ich finde übrigens die preise der anderen jubiläums angebote auch sehr sehr gut und ich habe auch alles an jubiläum hier ich jetzt mal so rausgeballert das heißt was heißt rausgeballert oder rein geballert es gibt wohl hier so einen neuen kuchen empfinde jungen sehr sehr schick hier mit dem mit dem schwert im kuchen ich wurde gestern auch gefragt wie findest du den neuen den neuen shop king nicht so prall also den disco könig ich habe noch ein paar tage zeit mit einem account kaufe ich mir auch die skins und die szenarien auch wenn ich überhaupt nicht gebrauchen kann aber 11 euro ist auch schon so schon wort zum sonntag für den fühle den beat disco könig finde ich die szenerie erinnert mich so ein bisschen an an minecraft aber macht natürlich was her ab und zu mal die szenerie zu wechseln und wie gesagt da weiß ich noch nicht ich gucke ich gucke mal jetzt habe ich doch glaube ich doch doch drauf geklickt weg jetzt habe ich doch drauf geklickt und das wollte ich jetzt gerade nicht und dementsprechend habe ich hier im shop noch nicht zugeschlagen aber ich glaube ich gestern hat jemand gesagt es gibt hier ein unibu für 2 29 das ist natürlich schon ziemlicher schnapper muss man ganz klar sagen ich denke mal mit den 13 auch mit dem zwölfer gönne ich mir auch das paketchen noch beziehungsweise bin ich nicht mit dem zwölfer mit dem vierzehner mit dem dreizehner denn das finde ich doch schon ein schnäppchen auch mit den beiden ressourcen tränken dabei also das angebot finde ich sehr sehr gut und dann will ich mal anfragen was brauchen wir denn eigentlich wir brauchen selber ach so das haben wir noch drin das haben wir hier noch drinnen das müssen wir erst mal vor ballern machen wir eben das machen wir eben und die brauche ich jetzt gleich auch nicht da fordere ich einfach mal gleich eine neue an wenn ich euch übrigens zu laut oder zu leise bin dann müssen wir das einfach in die kommentare schreiben tut und jetzt mal ein bisschen ruhiger lauter fetziger was auch immer aber ich bin halt so den kommenten den kommenten er sieht gut aus was haben wir denn hier 40er queen ok so mal sehen wo meine linie zu hingeht die geht danach da das habe ich am start ok da ist nicht so schlimm pass mal auf wir nehmen mal wir nehmen den mal eben ich habe zwar noch ein paar mauerbrecher auch noch aber dann habe ich dann habe ich das ding schon mal weg und kann mich hier so ein bisschen darum kümmern hier können wir den machen und hier haben wir noch mal ein paar mauerbrecher wir haben jetzt wo ich habe kein zauber mehr ok ich hatte nur den einen zauber hier aber gucken ob wir den vor den adler noch bekommen und können eigentlich hier den einen riesen laufen lassen ging schieben wir ja auch mit rein so die kriegen geht richtung adler perfekt und dann können wir hier mit den vielen minern mal rein ins dorf die queen muss ich zünden den einmal auf boden gestellt der entferne oder ist hat hat er sich jetzt gerade leer geballert so sah das gerade aus dass er sich gerade so ein bisschen leer geballert hat also hier heilen wir einmal durch das gibt es da ja nicht mehr wir schießen ein bisschen fiese da hinten einmal in die aura rein so die mucke ist mir ein bisschen laut gerade hier müssen wir noch mal heilen auch immer noch ein heil zauber hat er jetzt die entfernung ausgeschossen gehabt oder oder war das jetzt nur lack meiner meinerseits dass hier die jetzt gerade leer ging das sieht mir fast so aus können wir können wir gleich noch mal schauen im nachgang aber hat ja hat ja zumindest eine liga und hier kann man mal ruhig noch mal heilen die kollegen der bombentum hier tut jetzt gerade ein bisschen weh perfekt und den gift könnte ich mir fast sparen ich habe trotzdem mal mit raus denn ich glaube ich habe eine andere truppe gleich im start ich habe gleich was anderes am start bisschen rum gefahren wir waren ja jetzt fast fast eine million oder 900.000 von jedem glaube ich und auch mit dem schief hier mit dem ratus 11 muss sie noch reichlich machen wo geht es hin ok an den entfernen noch dann haben wir den auf null perfekt es gab dann auch eine nette tat das gab auch noch mal sterne bonus und 869 65 ob das ich ganz gut aus hier unten gab es auch die tat dafür das ist diese hier erzielt in drei mehr spieler kämpfen ein perfektes drei stellenergebnis ok dann kann ich jetzt anfragen und zwar etwas anderes das müssen wir jetzt mal modifizieren hier ein zwei drei das und zwar was sind wir denn eigentlich hier mit dem gruppen ich glaube immer ein paar weil ich es mit aber küren und einmal bestätigen einmal das und dann logge ich jetzt gerade den toto ein holt ihn hier rein armee wird dann fertig sein und dann machen wir hier live den zirka angriff ist gleich ok ihr lieben das haben wir dabei das haben wir wieder an und dann können wir jetzt angreifen das haben wir dabei sage ich einfach so ja wir haben natürlich parisen dabei wir haben bei exen aber wir haben ein paar ein paar parola dabei mal sehen ob es reicht aber ich denke mal für den zähner den ich mir eben ausgeguckt habe sollte das reichen das müsste eigentlich hier der höchste 10er sei die nummer 18 und den gehen wir mal an so machen wir das sprung sprung mal sehen ob wir den sprung über brauchen weiß ich noch gar nicht schauen wir mal wie wir das am einfachsten jetzt tätigen ok ich habe schon lange nicht mehr mit dieser kombi angegriffen wirklich schon lange nicht mehr wirklich schon lange nicht mehr und den hier rein so die bruder hier noch gesetzt helden mit drinne wie mit raus er steht auf boden passt ersten gut hier rein ballern ich weiß gar nicht ob die ob die irgendwo klaren buch hier haben die kollegen und dann schauen wir mal und wo der seine klaren buch aber ich glaube die haben alle keine die haben alle keine klaren buch oder wenig klaren buch hier hier können wir vielleicht springen das sieht ganz nett aus jawohl hüpfte mal rüber aber noch zwei magi hatte irgendwas in den ecken eigentlich nicht können wir da magier mit laufen lassen und ja leute einfach 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 verdiente sterne ist aber nicht so schlimm denn der weg ist das ziel oder der ziel ist der weg ne andersrum einfach verdiente sterne das mache ich jetzt gleich mit dem alex auch so und dann sieht das ganz gut aus hier in der liga ich glaube die könnte ich auch mal nachbauen dunkles brauche ich ja eigentlich fünf können ich ne 37 oder das auch ziemlich viel muss ich sagen im moment übe ich ja so ein bisschen mit einer meiner armee eigentlich die kostet dann elex was läuft denn hier im labor bei mir da läuft eine elex truppe ich kann danach noch eine machen und die magier auch okay schwierig jetzt ne ist jetzt schwierig aber ich glaube ich baue die einfach noch mal nach und dann gucken wir mal dass ich mit dem mit dem alex mache ich dann elber der alex müsste sonst hier oben glaube ich ein 14er machen ja das ist ein bisschen hart das habe ich gestern schon leidig erfahren müssen und deswegen glaube ich gehe ich ein bisschen runter hier vielleicht auf vielleicht auf den oder auf den hier muss man sehen habe ich noch kein plan ich hoffe die folge hat euch aber ganz gut gefallen denn ja so ein bisschen muss muss sich jetzt wieder reinkommen auch mit planen oder ohne plan gestern habe ich so ein bisschen das ganze ohne plan gemacht das heißt also ich habe den stream einfach so angefangen und natürlich ein bisschen geplant aber jetzt nicht irgendwie so inhaltlich oder so sondern einfach nur ein bisschen clash of clans und ein bisschen small talk das hat auch absolut ausgereicht ich hoffe das hat euch jetzt auch erst mal wieder gereicht nicht für vier wochen sondern für etwas kürzere zeit aber dennoch irgendwo habe ich gestern abend gesagt ich wollte heute auch auch wieder auf youtube so ein bisschen starten und deswegen dieser und ich hoffe wir sehen uns in weiteren folgen wenn es da wieder weiterheißt euer toto clasht ciao ciao und 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 Untertitelung des ZDF, 2020